Hi Leute, was geht ab? Heute zum nächsten Part Overwatch, Part 29. Wir sind hier auf DLAS 2, genau, mit der Glocke am Start, hier auf der Seite T. Ähm, ist grad ne Aufhängungsphase. Gut, ähm, Overwatch, wenn ich weiß, was das ist, ganz normal, äh, wir kriegen einen Clip eingesendet. Ähm, genau, und sagen, dann hackt der oder nicht, dann schicken wir das den Wolf-Leuten, den Valve-Leuten, und dann überprüfen die das. So, gut, da geht auf jeden Fall Action ab, der ist Afka, der macht einfach gar nichts. Ist oft ein Indiz dafür, dass er gerade etwas einstellt im Heck, oder er ist einfach auf Toilette. Ne, das kann beides sein. Ähm, oder? Nein, das gibt's gar nicht. Oder er ist in so einem Free-Mode, wo man rumlaufen kann, aber halt mit so einer unsichtbaren Person. Nein, das ist dumm. Das gibt's gar nicht in CSGO. So, jetzt ist er da. Es gab ne Auszeit, okay. In der ersten Runde? Vor der ersten Runde sogar noch, okay. Wahrscheinlich, okay, klar, war der Afka wahrscheinlich. Er hat einen Knife, nur aber ein Mask. Okay, ja. Ähm, der Suspekt hat hier kein, äh, darf sich auf jeden Fall nicht leisten zu cheaten. Ähm, denn soweit ich weiß, wenn man Skins auf den Smurf tut, dann hackt und dann wieder zurück tut die, äh, Skins. Wow. Dann wird man, ähm, dann werden alle verknüpfte Accounts mit den Skinhandels ge-bannt, glaube ich. Er schießt ziemlich schnell, aber das kann auch ein ziemlich schneller Finger sein. Komplett normal. Ähm. Komplett, komplett normal. Der letzte CT-Spawn, ähm, chillt da noch ein bisschen rum. Macht überhaupt nichts. Ja. Lilly, ist aber auch gleich tot. Kommt jetzt durch Window. Ja, kommt durch Window. Er, er geht schon, oh! Er geht so ein bisschen nach rechts, schon. Ähm. Ah, wahrscheinlich, ah, ein bisschen Timeplay. Hoffentlich schafft er das auch. Hahaha, er wollte ein bisschen austricksen. Gut. Ähm. War trotzdem sehr komisch. Er ist so hinter der Box rumgegangen, obwohl ich gesehen hat. Er hat so durch die Wand geguckt. Vielleicht weil er Steppen hören wollte. Also Steppen hören wollte. Eine Case Hardened. Oh je. Okay. Eine Case Hardened AK. Ist die nicht ziemlich teuer? Ah, ja, okay. Kommt auf die, auf die Skins, auf den Pattern an. Ich hab gehört, wenn die oben blau ist komplett, dann ist das schon... Also da hat ja diese Anomalie irgendwie... 35.000 Profit gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß es gar nicht mehr. Krass. Hüppel Sting. Sieht auf jeden Fall sehr sexy aus. So, jetzt kommt links auf einer. Man hört die Stabs, easy. Kein Problem. Den hat er ausgetakt. Outtake, easy. Ähm. Gut, jetzt geht er weiter. Jetzt geht der Spot. Okay, wahrscheinlich war nichts besonderes gewesen. Bis jetzt unzureichend, meine Freunde. Bis jetzt komplett unzureichend. Ich kann hier bis jetzt noch gar nichts geben. Flashback. Back. Ah, ja, ja. Aber sieht doch... Sieht doch eigentlich ganz normal aus. Ähm. Kein Grupp zu drücken. Ist wahrscheinlich wirklich nur Smurf. Ähm. Vielleicht wurde deshalb reportet. Oder wenn er vielleicht ein bisschen grieft. Vielleicht kommt da noch was. Ja, vielleicht kommt da noch was. Ziemlich langweilige Runde. Da steht jemand in der Smoke. Vielleicht töte der den hier. Vielleicht hat das... Vielleicht haben die ja einen Hacker am Team. Also das... Die T's. Ja, die Terroristen. Hier. In seinem Team. Zum Suspekt. Vielleicht wurden die ja reportet. Weil die hacken. Und da wurde er auch mitreportet. Kann ja auch sein. Das weiß man nicht. Ganzes Team reporten. Es ist ja auch eigentlich Spielbehinderung, weil man ein Team, ähm... Also ein ähm... Hacker am Team hat und ihn aber nicht kicken möchte. Das ist doch theoretisch auch Spielbehinderung. Kann man aber nicht nachweisen. Das kann man irgendwie... Nicht nachweisen. Das ist auch... Ja. Schaut euch das an. Das... Was machen denn da die CGs? Machen da irgendetwas richtig dummes. Ja. Gut. Hier noch einmal Molotov Cocktail. Damit da auch ganz sicherlich keiner reinkommt. Das ist sehr schlau. Dann Zeit, da lang zu laufen. Hier man steht Elevator. Gibt's ganz bisschen... Oh, oh. Das war ein schöner Hatcher. So. Einer kommt auf... Von Short. Einer hat City. Da sind dann noch die letzten beiden. Einer hat AWP. Das ist wahrscheinlich der auf Short. Der und City ist wohl möglich, ähm... Oh, das war nicht der mit der AWP. Der AWP steht ein... Äh... Steht unten. Ein CT. Hui. Oh, Mensch. Komm, das schaffst du. Ja, super. Jetzt einfach planten. Dann hat sich die Sache... Na komm, stürmt der. Na, wie P. Du schaffst die easy. Du wisst doch, dass er in CT steht. Wieso... Wieso steht der noch CT? Wieso... Das helft er nicht. Ah, ne. Das ist so dumm. Aber jetzt weiß der Suspekt schon. Okay. Er steht City. Und hat die Steps sehr gut. Jetzt hört man... Ja, das hört man. Das hört man. Alles gut. Das hat man alles gehört. Oh, der hat da WP-Einbys. Die hab ich auch. Die alter Biest. In Factory New habe ich sie. 40 Euro, meine Freunde. 40 Euro. 35 Euro. Hier ist nichts. Oh, drei Flashes. Easy. Oder eine Rauchgranate war dabei, glaube ich. Oder war das drei Rauchgranaten? Ne, gar keine Rauchgranate. Oh, das sind drei Flashes. Das ist wahrscheinlich ein Team. Das ist wahrscheinlich ein Team. Ja. Ich denke schon, dass das ein Team ist. Ja. Ich denke schon, dass das ein Team ist. Ja. Es ist auch normal, dass er jetzt einfach weitergeht. Weil es ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn zwei Leute leben, dass beide long kommen. Ich würde mich auch splitten. Ich würde mich auch splitten. Jetzt hat er so komisch nach rechts geguckt. Ja. Das ist vielleicht jetzt schon ein bisschen unlegitim. Möge man meinen, aber das ist komplett normal. Dass man da einfach mal ab und an. Das ist der Spieler. Jeder Spieler hat ja eine andere Sicht. Du kannst ja nicht sagen, ich würde das so machen. Und deshalb hackt er. Weil er es nicht auch so macht. Ähm. Er gibt Pit. Hört die Steps. Ich habe was gehört. Er guckt gar nicht mal wie... Er guckt nicht mal mehr nach links. Das ist kein Hacker. Ich habe gerade Steps gehört, glaube ich. Oder lag das an mir irgendwie? Egal. Jedenfalls cheatet er nicht. Er ist erst legitim, oder? Er cheatet halt sehr gut. Aber ich denke nicht, dass er cheatet. Nur weil er reportet wurde, cheatet er nicht. Das könnte Griefen und so weiter sein. Flash-Granaten sind irgendwie direkt weg. Bringen nichts. Oh Mann, oh Mann. Ich bin so müde, meine Lieben. So, jetzt pickt er schnell die Bombe. Und geht Richtung A. Da kommt einer von City jetzt. Da kommt einer vom City-Team nach Long. Ähm. Na, vielleicht kommt jetzt eine Flash. Nein, keine Flash. Jetzt hat er... Oh. Bei der Evil Elevator jetzt... Oh, ein Boost, okay. Oh, das ist ein fieser Boost. Jetzt hat er ihn aber gesehen. Das war kein guter Boost. Schöner Boost wäre es gewesen. Aber, weil er hochgeboostet ist, muss da ja noch einer stehen. Das heißt, den hat er easy gekriegt. Den auch. Dafür wurde er wahrscheinlich reportet. Dafür wurde er wahrscheinlich reportet. Ja. Ich weiß es nicht. Weil er so plötzlich bei ihr gekillt hat. Ich denke, dafür war wirklich der Report. Und das ganze Team auf ihn zugeguckt. Dachten, vielleicht er cheated. Oh, der stirbt. Der stirbt doch heute nicht. Oh, das ist... Das ist auch komisch gewesen. Er hat genau da reingesucht, wo er lang gekommen ist. Das ist wieder ein bisschen... Da weiß man wieder nicht, was man machen soll. So wurde an meiner Stelle so. Aber er spielt halt komplett legitim. Das ist unzweifelnd. Aber in meinen Augen... In meinen Augen ist er komplett legitim. Ein sehr normaler Spieler eigentlich. Hat die Füße getroffen, easy. Hat den Kill komplett für sich bekommen, okay. Kein Assist. Hohoho. Bald Weihnachten, meine Freunde. Bald ist mein Geburtstag. Ich hab am 28. November Geburtstag. Ich freu mich für'n Keks. Ich weiß nicht, warum. Ich freu mich eigentlich gar nicht am Geburtstag, aber... Ich werd 18. Ja. Das wird cool. Ah, ich werd alt. Ich werd alt. Ich werd strafbar. Ich werd strafbar. Mann und Mann. Ah, schade. Da sieht man wieder, die Reflexe sind leider bei einem Schlen. Der nicht... Sind nicht so lecker... Reflektabel. Keine Ahnung. Was dachte er da aus dem Kopf? Noch zwei Gegner. Das war auch wahrscheinlich die letzte Runde. War sehr interessant. War cool. Mal das so ein bisschen anzugucken. Ähm... Wie er spielt. Mit seinen krassen Skins halt auch. Die halbe Wüste gehört aber nicht ihm, glaub ich. Die hat er von aufgehoben. Ähm... Da ist er wieder... Na das war ganz normal. Das... Das meine ich. Ähm... Er hat halt überhaupt nicht mehr den Gegner beachtet. Genau. Also Zielhilfe. Unzureichende Beweise. Sichthilfe. Unzureichend. Unzureichende. Andererweitige. Externe Hilfe. Also außerordentliche Störungen. Sowas halt. Und so. Genau. Und geringfügige Störungen auch nicht. So. Hat mich gefreut. Viel Spaß mit dem nächsten Partner. Hau da rein. Ciao. Unsportlich und oder unsozial war. Unsportlich. Ein Verhalten zeigt dir, dass Stören unsportlich und oder unsozial war. Naja. Gut. Haut rein. Ciao.